Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Lightroom Tutorial. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und heute geht es mal um das Thema Weißpunkt und Schwarzpunkt setzen, denn da habe ich so einen kleinen Quicktipp für dich, wie das noch schneller geht. Viel Spaß damit! Heute geht es um das Thema Weißpunkt und Schwarzpunkt setzen. Ja, normalerweise, ihr kennt das ja, wie ich das mache, ich drücke eigentlich immer die Alt-Taste und setze dann hier meinen Weißpunkt, sehe dann hier, wann diese Punkte erscheinen und das sind dann quasi schon komplett ausgefressene Stellen. Daran orientiere ich mich immer so ein bisschen. Aber es gibt auch noch eine andere Möglichkeit und die möchte ich dir jetzt mal zeigen. Im Grunde genommen gibt es sogar drei Möglichkeiten, wie man das Ganze machen kann. Die erste habe ich dir gerade eben gezeigt, das ist das, so wie ich es normalerweise hier immer in den Videos gemacht habe, mit der Alt-Taste. Die zweite Möglichkeit ist, dass du hier oben in diesen Dreiecken, das ist quasi die Anzeige, die dich warnt vor den Lichterbeschneidungen und hier auf der anderen Seite den Tiefenbeschneidungen. Und wenn ich jetzt hier da einfach mal draufklicke, dann kannst du jetzt hier diesen Weißwert nach oben ziehen und sobald hier was ausgefressen ist, siehst du schon, wie dann diese einzelnen Punkte hier rot erscheinen. Das ist jetzt einfach nur quasi eine andere Ansicht, wie man das Bild dann beurteilen kann. Ich finde diese Variante eigentlich sogar noch schöner als die mit der Alt-Taste, denn hier kann ich wirklich schon live sehen, wie das Bild aussieht. Im Gegensatz dazu mit der Alt-Taste, da hat man ja nur so eine Schwarz-Weiß-Ansicht. Also eigentlich ist diese Variante schon wesentlich besser als die, wie ich sie bisher verwendet habe. Ich mache das Ganze jetzt aber nochmal rückgängig, denn es gibt noch eine weitere Variante und die ist eigentlich noch wesentlich cooler, schneller und effektiver. Ich mache das Ganze jetzt hier mal wieder aus, denn den Weißpunkt und den Schwarzpunkt zu setzen, das ist eigentlich eine rein technische Sache. Zumindest ist es bei meinen Bildern so, ich möchte also wirklich an bestimmten Stellen reines Weiß haben und an anderen Stellen reines Schwarz. Und dann mache ich die mal so um ein Prozent wieder zurück, damit dann nichts ausgefressen ist. Aber das ist mehr eine technische Sache, während hier die anderen Sachen, die Lichter und die Tiefen aufhellen, Kontrast ins Bild geben, Belichtung erhöhen oder niedriger setzen, Klarheit, Dynamik, Sättigung. Das sind alles Sachen in der Basic-Palette, die mehr so artistisch veranlagt sind. Also da spielt einfach persönlicher Geschmack so ein bisschen eine Rolle. Und da kann man sich so ein bisschen verwirklichen, während dann den Weißpunkt in den Schwarzpunkt setzen. Das ist dann wirklich eher was Technisches, was man einfach irgendwie macht. Und dementsprechend gibt es da auch eine Möglichkeit, wie man das Ganze jetzt noch wesentlich schneller macht als bisher. Und zwar drückt man dafür einfach mal die Shift-Taste und klickt dann doppelt auf den Weißwert hier. Mache ich jetzt einfach mal und dann wirst du sehen, es dauert einen kurzen Moment, dass Lightroom hier automatisch jetzt diesen Weißpunkt für mich gesetzt hat. Genauso kann ich das auch mit dem Schwarzpunkt hier machen und dann setzt Lightroom auch automatisch hier den Schwarzpunkt. Lightroom rechnet quasi automatisch, wo der perfekte Weiß- und der perfekte Schwarzpunkt liegt. Und ich habe jetzt somit hier die Möglichkeit, das wesentlich schneller zu machen, weil Lightroom halt diese Aufgaben übernimmt und ich nicht mehr selber gucken muss. Man kann jetzt natürlich selber nochmal dann rangehen und sagen, man möchte das hier um ein paar Prozentpunkte wieder zurücknehmen oder sogar noch weiter ausführen. Aber ich finde es einfach in dem Moment eine sehr, sehr schöne Sache, weil es halt nochmal ein paar Minuten oder ein paar Sekunden eher Zeit spart. Genauso gut geht das hier bei den anderen Sachen auch. Man kann auch hier die Shift-Taste drücken und dann doppelt draufklicken. Dann wird Lightroom auch automatisch diese Sachen setzen. Aber wie gesagt, das sind eher Sachen, die man ja selber für sich entscheiden sollte, wie der Bildstil aussieht. Und dementsprechend würde ich das hier tatsächlich manuell machen. Aber den Weiß- und den Schwarzpunkt, den kann man tatsächlich automatisch setzen lassen. Und das würde ich im Endeffekt auch dann immer zum Schluss machen. Ich weiß, ich habe das bisher immer so gehandhabt, Lichter, Tiefen auffällen und abdunkeln und dann eigentlich schon den Weiß- und den Schwarzpunkt setzen. Ich habe aber jetzt so in den letzten Wochen festgestellt, dass dieser Workflow, dass ich tatsächlich erst alles andere hier einstelle, also Kontrast, Belichtung, Lichter, Tiefen, Klarheit, Dynamik, Sättigung und so weiter, dass ich all das erst einstellen sollte und dann ganz zum Schluss tatsächlich den Weiß- und den Schwarzpunkt setze. Dann hat man nämlich wirklich ein Bild, was genau richtig abgestimmt ist. Ich hoffe, dir hat dieser kleine Tipp gefallen. Wenn dem so ist, kannst du dem Video gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn du Fragen dazu hast, dann poste sie gerne unten in die Kommentare. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniere den Kanal. Würde mich sehr freuen. Vielleicht hast du ja auch noch Freunde, die dieses Video auch interessieren könnten. Dann teil dieses Video auch gerne mit denen. Das hilft natürlich auch, den Kanal zu wachsen und im Endeffekt hilft es euch allen, denn dann kommen mehr freie und kostenlose Videos. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Viel Spaß beim Bearbeiten und Fotografieren. Ciao.